Resilienz ist eine Fähigkeit. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist keine Eigenschaft, mit der wir entweder geboren werden oder nicht, sondern das ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können. Und sicherlich gibt es bestimmte Temperamenteigenschaften und so, die das begünstigen können, diese Fähigkeit. Aber wir alle können sie trainieren, auch im Erwachsenenalter noch. Ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Feder und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Der Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Leandra Vogt. Leandra beeindruckt mich schon eine ganze Weile und ich bin überglücklich, sie heute hier in meinem Podcast als Gast zu haben. Mit ihrer sympathischen und wertfreien Art hat sie mich sehr für das Thema der Resilienz begeistert und das nicht nur im Familienkontext. Durch ihr Tun und Wissen bestärkt und bekräftigt sie mich sehr auf meinem persönlichen Weg mit meiner eigenen Familie und meinen Kindern. Neben dem, wie ich finde, total unterschätzten und noch viel zu unbekannten Thema und Wissen der Resilienz, erzählt uns Leandra zu dem, was unsere Kinder wirklich für das Leben vorbereitet und stärkt. Leandra Vogt. Ganz herzlich willkommen in meinem Open Your Heart Podcast. Ich freue mich riesig, wirklich. Ich freue mich wie ein kleines Kind im Endeffekt, schon seit Tagen darauf, dass ich heute mit dir sprechen darf, weil du mich sehr inspirierst mit dem, was du tust, schon eine ganze Weile. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, einfach mit dir mal persönlich zu sprechen, das ist ein Riesengeschenk. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für deine Zeit. Danke für die netten Worte. Ja, es ist auch ein Thema einfach, dass mich, also mit dem du arbeitest im Endeffekt, wirst du wahrscheinlich oder hoffentlich gleich auch selber noch ein bisschen was erzählen, dass mich schon sehr lange sehr intensiv begleitet auch und wo ich auch mit meinen eigenen Kindern einfach sehr, ja, sehr bewusst irgendwie darauf achte und umgehe. Und ja, egal. Du, vielleicht möchtest du dich einfach ganz kurz selbst vorstellen, wer du bist, was du machst und so weiter, bevor ich jetzt hier ins endlose Schwärmen gerate. Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Leandra Vogt. Ich bin Kindheitspädagogin und Resilienztrainerin für Familien vor allem. Und ich arbeite online vor allem, habe jetzt kürzlich erst Reifam gegründet. Reifam.org steht für Resilienz in Familien. Ich trage jetzt seit fünf, sechs Jahren wirklich auch beruflich das Thema in die Familien. Ich bin selber in meinem Studium auf das Thema gestoßen und kannte das aus dem Kontext, aus dem Unternehmenskontext schon. Also viele große Unternehmen geben schon seit Jahren irgendwie Geld dafür aus, ihre Mitarbeiter widerstandsfähig zu machen und zu stärken für den Berufsalltag. Und ich habe vieles drüber gelesen. Und eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus der Forschung ist eigentlich, dass der Grundstein dafür in der Kindheit gelegt wird. Und ich habe mich gefragt, warum es das noch nicht in den Familien gab oder gibt. Es gab natürlich schon super spannend auch viel Literatur und auch Programme für die Resilienzförderung in Kitas und in Schulen. Aber ein ganz wichtiger Faktor für die Resilienz von Kindern sind die stabilen und sicheren Beziehungen zu ihren primären Bezugspersonen. Und das sind wir als Eltern. Und ja, also es hat mich im Studium ein schlagartig getroffen, das Thema. Ich wusste sofort, okay, krass, so damit werde ich jetzt auf jeden Fall viel Zeit verbringen und das möchte ich beruflich machen. Und das mache ich auch. Ja, Resilienz, also mir war der Begriff irgendwie bekannt, aber ich habe mir nicht so richtig was darunter vorstellen können. Also ich wusste nicht genau die Definition, was ist denn Resilienz. Und witzigerweise, ich habe es vorhin kurz eingegeben hier in meinem, ich weiß nicht genau, ich habe mir so ein paar Notizen machen wollen, bis ich dann festgestellt habe, es macht überhaupt keinen Sinn, hier mich auf die Folge vorzubereiten, weil es gibt so vieles, über das ich mit dir gerne sprechen würde. Ich lasse es jetzt einfach mal fließen einfach. Aber da hat mein Schreibprogramm Resilienz nicht gekannt. Hat es so rot unterstrichen und habe mir auch irgendwie nur vielleicht Resistenz oder sowas als Korrektur vorgeschlagen. Was genau ist Resilienz? Superspannend auch. Im englischsprachigen Raum ist das übrigens schon ein fester Bestandteil so einem Sprachgebrauch. Finde ich auch total spannend, dass das bei uns echt noch nicht so angekommen ist. Ich beschreibe das immer ganz gerne mit einem Zitat oder so einer Weisheit. Die kommt, glaube ich, aus dem Japanischen und meint so viel wie, oder die lautet, fall siebenmal hin und steh achtmal auf. Und genau dieses achte Mal aufstehen, nicht nach dem ersten Mal hinfallen, nicht nach dem zweiten Mal hinfallen, nicht nach dem dritten Mal, sondern sogar nach dem siebten Mal nochmal die Kraft aufzuwenden, aufzustehen, weiterzugehen, das Leben in die Hand zu nehmen, nach vorne zu schauen. Diese innere Kraft oder diese innere Entscheidung dazu, das ist diese Fähigkeit zur Resilienz. Also Resilienz ist eine Fähigkeit, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist keine Eigenschaft, mit der wir entweder geboren werden oder nicht, sondern das ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können. Und sicherlich gibt es bestimmte Temperamenteigenschaften und so, die das begünstigen können, diese Fähigkeit. Aber wir alle können sie trainieren, auch im Erwachsenenalter noch. Genau. Und da setzt du im Endeffekt mit deiner Arbeit an. Ja, ganz genau. Dass du da, genau. Ja, genau. Also es hat sich halt vor allem herausgestellt, also es gibt so die sogenannten sieben Schlüssel der Resilienz. Die wurden vor allem geprägt von Raiwitsch und Shady, werden die, glaube ich, ausgesprochen. Und die Jutta Heller arbeitet auch mit denen. Ich habe in meiner Arbeit jetzt noch einen achten Schlüssel mit reingenommen. Aber in diesen Schlüsseln, also es sind bestimmte Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften, die diese Fähigkeit zur Resilienz begünstigen können. Das ist sowas wie Annahme beziehungsweise Akzeptanz dessen, was uns widerfährt. Zuversicht, so ein gewisser Optimismus. Ja, kein toxischer Positivismus, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein großer Unterschied. Sondern sich selbst zu erlauben, den bestmöglichen Ausgang überhaupt für möglich zu halten oder überhaupt erstmal zu sehen. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Verantwortung für das eigene Handeln. Und daneben auch ist der fünfte Schlüssel und einer, der meine Arbeit eben, oder eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist für meine Arbeit, sind Beziehungen. Beziehungen gestalten, gesunde Beziehungen, Leben. Und es gibt da eben einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen uns Erwachsenen und Kindern. Weil wenn wir als erwachsener Mensch uns in einer Beziehung wiederfinden, wo wir merken, die ist weder für uns gesund, noch für unser Gegenüber vielleicht gesund. Wir fühlen uns eingeengt. Dinge wie emotionale Erpressung oder so sind da in der Tagesordnung. Oder auch im beruflichen Kontext. Ja, wir haben irgendwie einen Chef, der uns ständig anschreit oder so. Dann können wir als Erwachsener zur allergrößten Not diese Beziehung beenden. Wir können unseren Arbeitsplatz wechseln, wir können die Beziehung verlassen, wir können Kontakt zu unseren Eltern abbrechen, was auch immer. Unsere Kinder können das nicht. Unsere Kinder können nicht so unmittelbar die Beziehungen beenden, die ihnen nicht gut tun. Das heißt, wir können als Eltern sowohl Risikofaktor als auch Schutzfaktor für unsere Kinder sein. Oder andersrum, wir können Schutzfaktor sein, aber eben auch Risikofaktor. Und da gehe ich einfach super tief rein mit meiner Arbeit. Es gibt verschiedene Haltungen und Ansätze natürlich in der Kindesbegleitung, die diese Beziehungen auf eine bestimmte Art und Weise beeinflussen. Also die autoritäre Erziehung, wie auch die anti-autoritäre Erziehung, die haben natürlich einen gewissen Einfluss auf das Kind, der jetzt eher, um schon mal was vorwegzunehmen, als Risikofaktor gelten können. Und der autoritative Erziehungsstil, also der, wo wir auf Augenhöhe mit unserem Kind sind, wo wir aber auch auf Augenhöhe mit uns selber sind, wo alle irgendwie mitentscheiden dürfen, dass es dann, oder das geht vor allem in die Richtung, die super, super viele der Resilienzschlüsse berühren und unser Kind dann eben dabei unterstützen können, die Resilienz auszubauen und zu trainieren. Ja, genau, darüber lasse ich es jetzt erst mal. Ja, mega spannend. Es ist ja auch super individuell dann, deine Beratung, weil ja jedes Familienkonstrukt, jeder Mensch, mit dem du arbeitest, jedes Kind, egal, ja einzigartig ist natürlich. Und das Spannende für mich ist auch, dass du jetzt genau zu diesem Thema auch ein Buch rausbringen wirst. Titel Uns haut so schnell nichts um. Wie heißt es? Die Acht-Schlüssel der Resilienz für dein Kind und dich. Habe ich es richtig abgeschweigert? Ja, was ich mir natürlich besorgen werde, weil das genau, du hast gerade schon einige Punkte angesprochen, das wahrscheinlich so grundlegend, oder? Mal erklärt, um was es da geht. Ja, sorry. Ja, vor allem ist mir super, super wichtig, nicht nur in dem Buch, sondern generell in allem, was wir jetzt mit Reifer machen, nicht zu beraten, nicht zu beratschlagen und nicht zu, keine Handlungsanweisung oder so zu geben, sondern Eltern dabei zu unterstützen und dazu zu befähigen, auch die eigene Resilienz zu trainieren und sich selbst liebevoll und verlässlich zu behandeln und die eigenen Entscheidungen aus einer Klarheit heraustreffen zu können. Weil ich glaube nicht daran, dass wir als Eltern ständig zu irgendjemandem rennen sollten und fragen sollten, wie wir jetzt mit unserem Kind umgehen sollen. Weil ich glaube, selbst der beste Berater auf dieser Welt könnte, der ist nicht die Mama oder der Papa unseres Kindes. Wir sind die Mama und der Papa unseres Kindes, oder unseres Kindes. Und ich glaube, dass es den Kindern und überhaupt den Familien viel, viel mehr hilft, wenn wir als Eltern die eigene innere Haltung stärken und überhaupt erst mal rausfinden, was wollen wir überhaupt als Eltern, welche Eltern wollen wir sein, was ist uns wichtig, was braucht es überhaupt für uns als Familie, damit die meisten Bedürfnisse gesehen werden und was braucht es für uns als Familie, um auch die Momente erhalten zu können, wo die Bedürfnisse einfach mal im Gegensatz zueinander stehen, wo es mal knallt, wo alle müde sind, wo keiner mehr Bock hat, wo wir als Eltern vielleicht in alte Muster fallen oder so gestresst sind, dass wir im Fight-or-Flight-Modus sind und einfach Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und sowohl mit dem Buch als auch mit der gesamten Arbeit, die wir jetzt machen, ist es das Ziel, Familien, alle Familienmitglieder dabei zu bestärken, die innere Kraft zu kultivieren, die uns dadurch hilft. Und der allerwichtigste Faktor ist und bleibt einfach die Beziehungsqualität, eine verlässliche, liebevolle, stabile Beziehung. Und da sind wir ganz schnell bei dem Thema mit dem Abhärten und mit den Strafen und unseren eigenen Ängsten und Sorgen und Werten, weil man die nicht trennen kann von der Art und Weise, auf der wir unsere Kinder begleiten. Das hat immer einen Einfluss darauf. Und wenn ein Berater jetzt XY zu dir sagt, dann machst du das vielleicht in der einen Situation so, aber in der nächsten hast du deine inneren Auffassungen und Haltungen und wenn die nicht reflektiert sind, dann ist das wie ein Autopilot und wir laufen einfach unreflektiert durch unsere Elternschaft. Und ich glaube, das sind dann die Momente, wo wir dann mit 80 da sitzen und uns fragen, ob wir wirklich die Mama oder der Papa waren, die wir wirklich sein wollten. Ja, wir haben, also es ist interessant, dieses überhaupt auch dieses ganze Bedürfnis und Bindungsorientierte. Ich bin mittlerweile irgendwie der Meinung, dass das eigentlich jeder ganz natürlich in sich trägt. Also so war es bei uns zumindest. Wir haben das einfach, wir haben das so aus der Intuition heraus schon sehr vieles, was ich jetzt im Nachhinein so lese darüber, haben wir einfach automatisch schon gemacht, weil es sich richtig angefühlt hat. Auch wenn alle anderen drumherum es teilweise ganz anders gemacht haben, war das für uns nie stimmig, das so zu machen. Gerade was du schon angesprochen hast, so Härte und Bestrafen und sowas. Und das war in dem, also jetzt, wo wir hier leben, in Portugal, ist es viel einfacher für uns geworden, das zu machen, weil die äußeren Einflüsse nicht mehr so extrem sind, dass du ständig Meinungen hast von außen und das auch anders vorgelebt bekommst, ein Stück weit. Aber, ja, du hast in deinem, in deinem, du hast ja auch einen Podcast. Ist der Name eigentlich jetzt neu? Stark, stärker. Der hieß davor anders, oder? Ja, vorher war der starke Metall, genau. Und da hast du was gesagt, Härte macht unsere Kinder nicht stärker. Und das sagt für mich eigentlich schon irgendwie alles aus. Aber was würdest du denn sagen, was macht denn unsere Kinder stärker? Hm, ja, das ist eigentlich quasi genau das Gegenteil. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von dieser Haltung, das Leben kann hart sein, es gibt einfach Erfahrungen oder Ereignisse im Leben, die können schmerzhaft sein. Spätestens, wenn irgendwie das geliebte Haustier stirbt oder ein geliebter Mensch stirbt oder, ja, weiß ich nicht, man wichtige Beziehungen verliert, Freunde verliert, spätestens dann merkt man, okay, so das Leben hat seine Naturgewalten und wir wollen uns dafür stärken. Und was jetzt in den letzten Generationen ganz häufig passiert ist, ist, dass es die Auffassung gab, so Kinder müssen abgehärtet werden, die müssen den Ernst des Lebens, da müssen sie sich drin erproben, die müssen gewappnet sein, die müssen sich ein hartes Fell oder, wie sagt man, ein dickes Fell aneignen und auch nicht zu vernachlässigen ist Johanna Haras, eine NS-Ärztin gewesen mit ihren wirklich, ja, Büchern, die für mich wirklich, wirklich sehr schwer zu lesen sind. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, ich habe das nie geschafft, diese Bücher zu lesen. Mich hat das so ab, irgendwie, das war für mich so eine negative Energie, dass ich irgendwie, klar, man kennt so ein paar Zitate daraus oder von ihr, aber das war ja weit verbreitet, oder? Weil das ist ja ein ganz entscheidender, auch geschichtlicher Ursprung, wo das herkommt, oder? Überhaupt diese Art, so zu handeln und mit Kindern umzugehen. Ja, also vielleicht für alle, die das nicht kennen, das war ein pädagogischer, in Anführungsstrichen, Ratgeber aus der NS-Zeit, der wurde tatsächlich bis in die 80er Jahre, stand da in den Buchläden, also wer auch immer in den 80er Jahren geboren ist und auch später ist die Möglichkeit groß, dass von Oma zu Mama und dann, weiß nicht, dieses Buch als Ratgeber rumgereicht wurde und da stehen eben Sachen drin, wie, wenn das Baby schreit, auf gar keinen Fall auf den Arm nehmen oder gar auf die Idee kommst, zu stillen. Sonst ist der Haus Tyrande geboren und keine Ahnung. Mit dem klaren Ziel, eben die Gesellschaft zu disziplinierten Untertanen zu machen, die abhängig sind von den Entscheidungen ihrer Vorgesetzten. Und in dem Fall dann eben die Mama oder der Papa schon als Vorgesetzter. Das ist ja dann keine verlässliche, liebevolle Beziehung mehr, ist ja weit entfernt davon. Und das zieht sich ja durch unsere Gesellschaft. Und im allerersten Zuge finde ich es auch ganz wichtig, das nicht zu verurteilen. Also sicherlich ist das nicht schön und sicherlich war für den Ratgeber und so die Motivation nicht toll. Aber warum hat eine Mutter diesen Ratgeber gelesen? Weil sie sich informieren wollte darüber, was gut für ihr Kind ist, was wichtig ist, wie man das eigentlich macht. Und wir erhalten irgendwie im Leben alle eine Ausbildung für unseren Beruf und dann werden wir Eltern und haben aber keine Ausbildung dafür gehabt und keiner konnte uns wirklich sagen, wie sich das anfühlt. Und was man, glaube ich, auch sowieso nicht kann, weil wir gar nicht wissen, welcher Mensch da zu uns kommt und was der eigentlich für ein Temperament mitbringt und was auch immer. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau, also nicht verurteilen. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da ein Bewusstsein für zu schaffen und das zu erkennen, dass es da so Strukturen gab in unserer Gesellschaft und vor allem auch ein Bild vom Kind in unserer Gesellschaft, was das Kind eben als leeres Gefäß gesehen hat, was es zu Formen galt. Aus der Kirche kommt noch das Bild der kleinen Tyrann, der gezüchtigt werden muss, erzogen werden muss, zu einem guten Menschen, der böse zur Welt kommt. Und all das sind einfach rein geschichtliche Fakten, die es zu beachten gilt oder wo wir einfach hinschauen dürfen, ohne das vielleicht jetzt im ersten Zug zu werten. Und ich glaube, je nachdem eben, wie wir selber als Kind begleitet wurden, wohnt es vielen von uns inne. Und was dann die Herausforderung, glaube ich, ist für ganz viele Eltern heute, ist, dass wir andere Wege gehen wollen, dass wir andere Wege fühlen, dass wir unsere Kinder anders begleiten möchten. Und dass je nachdem dann eben, in welchen Strukturen wir uns wiederfinden, es ganz viele Momente gibt und auch ganz viele innere Programme ja gibt, die uns unter Stress setzen. Und unter Stress reagieren wir im Fight-or-Flight-Modus. Und da greifen wir auf das zurück, was am ehesten zur Verfügung steht. Und das sind ganz oft eben diese Glaubenssätze, die sich tief eingebrannt haben bei uns, die uns als Kind gerettet haben vor körperlicher Züchtigung, emotionaler Strafe, was auch immer. Und wenn unser Kind dann Wutausbruch hat und super laut schreit und alle Leute gucken und wir als Kind gelernt haben, so es geht gar nicht, da gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, Schläge oder danach gibt es kein Abendessen, wenn wir sowas gemacht haben, weil das die Reaktion unserer Eltern war. Und wir in diesem Moment unter Stress sind, vielleicht nicht genug gegessen haben, nicht genug getrunken haben und selber noch gar nicht davon gelöst haben, was andere Blicke für uns bedeuten und was vielleicht nicht, dann sind wir im Fight-or-Flight-Modus. Und dann kann es passieren, dass wir eben genau diese Form der Begleitung weitertragen, mitnehmen. Und hier ist es, glaube ich, super, super wichtig, sich nicht dafür zu verurteilen, gleichzeitig aber das zu reflektieren und sich zu fragen, okay, was hätte ich denn gebraucht, um bei mir und meinem Kind bleiben zu können und was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin. Und ja, allem voran, diese Haltung, die man ja jetzt auch oft, die Self-Care für Mütter, für Väter, die man ganz oft hört, für sich selber zu sorgen, damit das eben nicht, jedenfalls nicht in meiner Arbeit, nicht gemeint, weiß ich nicht, das Schaumbad mit Champagner oder was weiß ich, sondern damit es gemeint, wie geht es mir, habe ich genug gegessen, habe ich genug getrunken, was brauche ich heute, was ist mir wichtig für meinen Tag, was will ich heute unbedingt erleben oder was wäre mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig im Umgang mit meinem Kind und da einfach den Wert von sich selbst und den eigenen Bedürfnissen anzuerkennen und in die Kindesbegleitung mit einzubeziehen. Voll schön, richtig schön. Wie siehst du die Rolle des Vaters darin? Also wenn ich mich mit so Themen befasse, habe ich schon sehr stark das Gefühl, dass das schon sehr auf Mütter eigentlich abgestimmt ist, klar, die oft diesen Part natürlich auch übernehmen, und gerade was Bindung und sowas angeht, ist eh am Anfang klar, da ist die Mutter, da ist ein und alles, aber trotzdem können doch auch die Väter da was tun, oder? Also ich finde, die werden oft so ein bisschen zur Seite geschoben und die machen halt so ihr Ding, aber wir, also so sehe ich auch meine Rolle als Vater, ich spiele schon auch irgendwie auch eine entscheidende Rolle in dem ganzen Konstrukt und sehe gleichzeitig meine Rolle tatsächlich einfach nur, auch was jetzt so Thema Bindungen, Bildung und sowas angeht. Aber ich bin einfach nur da, um zu begleiten und irgendwie einen geschützten Rahmen so zu geben. Das ist eigentlich fast schon alles, wie ich so meine Rolle als Vater definiere und nicht irgendwie, ich muss meinem Kind da was reindrücken und anerziehen und eben abhärten oder sowas überhaupt nicht. Aber in diesem Resilienzkontext, was können, oder anders gefragt, genau, was können wir Väter da vielleicht einbringen? Also wie können wir uns da nützlich machen in dem ganzen Konstrukt? Schöne Frage. Auch ein Grund, warum ich jetzt den Podcast umbenannt habe. Also wir haben ja unsere Beratungsplattform, der Club der starken Mütter. Und ich glaube schon, dass wir einmal dem zustimmen dürfen oder anerkennen dürfen, dass es so ist, dass es eben in unserer Geschichte, dass da große Unterschiede gemacht wurden zwischen Vater und Mutter. Je nachdem natürlich, wie wir aufgewachsen sind. Das ist sicherlich individuell, aber gesellschaftlich. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich im Kindergarten nicht mit den Autos und den Jungs-Spiel-Sachen spielen durfte. Und als ich das gemacht habe, wurde ich eine Stunde auf den Flur geschickt zum Strafpuzzeln. Und natürlich ist mir bewusst, dass das kein Jungs-Spielzeug ist. Gleichzeitig war das meine Erfahrung als Kind. Und ich spüre immer wieder heute noch in verschiedenen Situationen so diesen Impuls. Sicherlich habe ich den reflektiert und so, aber es ist da. Und ich glaube, dass es davon noch Milliarden andere Dinge gibt, die vielen von uns irgendwie so innewohnen, die wir noch nicht so sehen. Und ich glaube schon, dass es zumindest in unserer Generation da irgendwie noch so einen Unterschied gibt. Es gibt ja auch den Mental Load, diesen Begriff, wo der einfach meint, dass dieses Bild von der Vater ist der Versorger, der geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause. Und die Mutter, die kümmert sich um die Kinder und um den Haushalt. Dass das irgendwie noch da ist. Gleichzeitig hat sich aber auch schon so viel verändert. Und die Frauen gehen auch arbeiten. Und die Frauen verwirklichen sich selbst. Und die Väter nehmen Elternzeit und so. Und jetzt sind wir irgendwie in so einem Mischmasch, wo irgendwie wir wollen alle woanders hin. Und haben aber irgendwie noch diese alten Strukturen in uns. Und dem darf man einfach erstmal wertfrei zustimmen. Ich glaube, das ist super wichtig, das einmal zu sehen, einmal zu gucken, okay, wie war es denn noch in der Generation vor uns, die Familien vor uns. Und wie leben wir das heute? Und vor dem Hintergrund der Resilienzförderung, weswegen wir jetzt auch stark stärker Familie heißen und nicht mehr starke Mütter, ist, dass es da natürlich, was die Bindungs- und Beziehungsqualität keinen Unterschied angeht, keinen Unterschied geben sollte. Also Papas können genau wie Mamas eine liebevolle, verlässliche Beziehung auf Augenhöhe zu den Kindern führen. Und die wird genauso individuell aussehen, wie die Beziehung zwischen Mutter und Tante aussehen wird. Oder zwischen Mutter und Oma. Jede Beziehung ist anders. Und ob wir da jetzt Mama oder Papa sind, also sicherlich, die Mamas haben das Baby im Bauch und so und stillen. Gleichzeitig können ja die Papas aber auch das Baby wiegen und auf den Arm nehmen und kuscheln und da sein. Und die Stimme können die Babys hören und so. Und vor dem Hintergrund der Resilienzförderung, glaube ich, sollte man sich da gar nicht so auf die Unterschiede fokussieren und gucken, wer macht was und wie sollte es sein und was ist wichtig, sondern auf sich selber schauen, egal ob jetzt Mama oder Papa oder Oma, Tante, Onkel und für sich klären, wie soll die Beziehung zwischen diesem Kind und mir aussehen. Was soll dieses Kind, wenn es irgendwann 50, 60 Jahre alt ist, wie soll das mich in Erinnerung behalten? Welche Stärken habe ich? Was begeistert mich am Leben? Was möchte ich meinem Kind zeigen? Was möchte ich meinem Kind vorleben? Was möchte ich dem mitgeben? Wie soll mein Kind über mich denken, wenn es gerade sich alleine fühlt? Soll es wissen, es kann immer zu mir kommen? Oder soll es vielleicht irgendwo anders hingehen? Also natürlich nicht, aber da mal so ein, ja, auf sich zu schauen und sich zu befreien davon, ob jetzt Mama oder Papa oder weiß ich nicht wer. Also es kommt auf die Beziehungsqualität an und in den Studien hat sich zum Beispiel auch gezeigt, es reicht, die eine Beziehung, egal zu wem, in den Studien waren es manchmal die Lehrer bei Kindern, die in super, super schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Da waren es manchmal die Lehrer, die diesen Schutzfaktor ausgemacht haben, die das Kind bestärkt haben, die dem Kind gezeigt haben. Es gibt auch Menschen im Leben, denen man vertrauen kann und es lohnt sich, nach vorne zu schauen und so. Genau. Also grundsätzlich bei Familie, würde ich sagen, gehören einfach alle dazu und es auch unabhängig davon, ob die Eltern zusammenleben oder getrennt. Es kommt auf die Qualität der Beziehungen an und nicht darauf, wer jetzt die Beziehung führt. Was ich manchmal beobachte, ist bei, also um jetzt das nochmal so ein bisschen zu trennen, Mütter und Väter, absolut toll, wie du das formulierst, dass das natürlich zusammengehört alles. Was ich beobachte, ist manchmal, dass auch untermüttern so oft, also es ist gefährlich, das so als Mann so von außen zu sagen, aber so oft wenig Support irgendwie untereinander da ist. Kannst du sowas bestätigen? Also das, also ich hatte jetzt erst letzte Woche, da war hier in einem Supermarkt eine Mutter mit ihrem Kind, die haben auch Deutsch gesprochen und das Kind wollte halt irgendwie noch an der Kasse irgendwas und hat einen Jenseits-Wut-Anfall bekommen. Sehr Klassiker. Klar, aber dann, die habe ich mal beobachtet, wer reagiert da wie drauf, die, alle, die da drum herum standen und dann war es meistens die anderen Mütter, die dann so mit Unverständnis und Kopfschütteln und sowas und irgendwie das so gezeigt haben. Ich bin dann tatsächlich hingegangen, weil ich habe genau mir das überlegt, was hätten wir, was könnten wir jetzt brauchen in der Situation. Bin einfach zu der Frau hingegangen, habe meinen Arm so auf die Schulter gelegt und gesagt, hey, ich kenne das, ich kann das gut nachfühlen. So, I fear you einfach in dieser Situation. Das war irgendwie so das, was mir so kam und ich habe irgendwie gespürt, ihr hattet es geholfen in dem Moment, einfach zu sehen, okay, da ist jemand, der versteht diese Situation. Gar nicht irgendwie sonst noch ein Tipp oder sowas, natürlich nicht und das fehlt mir oft so, dass ich auch so unter, ja, also bei Vätern weiß ich jetzt nicht genau, aber bei Müttern das ist oft so, da könnte man sich irgendwie noch mehr zusammentun, irgendwie so an einem Strang ziehen, finde ich. Kannst du das bestätigen? Voll, klar, voll schön erstmal, was du gemacht hast in der Situation und ja, auch super spannend, also ich habe, 2017 war das, glaube ich, auch super krass, da ist mir das auch aufgefallen und da ist es mir aufgefallen, als ich im Café war und gestillt habe, dass mich irgendwie Frauen komisch angeguckt haben und ich dachte so, oh, come on. Und dann habe ich auf Instagram so eine Challenge gestartet, die hieß Mamas stärken Mamas, die kann man heute auch noch finden, wo ich einfach dazu eingeladen habe, verschiedene Mütter da auf Instagram, sich vorzustellen, zu sagen, wie es ihnen in ihrer Mutterschaft geht, was sie herausfordert, was sie bräuchten, Mütter zu nennen, die sie wertschätzen, die sie bewundern, einfach mal irgendwie so den Raum dafür zu öffnen, dafür, dass man sich gegenseitig bestärkt als Frau, Mama und Mensch. Deswegen hießen wir auch alle, also alle, meine ganze Arbeit hieß dann immer erstmal starke Mütter und so, weil ich einfach gespürt habe, dass da voll der Bedarf ist unter uns Frauen und dass es da, glaube ich, auch schon echt eine Lücke noch zu füllen gibt, nach wie vor. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch echt viele schöne Sachen, also viele Angebote und Communities, auch digital, wo man sich austauschen kann und so. Aber im Alltag, ja klar, beobachte ich auch immer mal wieder noch und meine Vermutung, woher das kommt, ist, glaube ich, weil jede, oder das würde ich, glaube ich, nicht so auf Mütter nur, würde ich, glaube ich, nicht nur Müttern zuschreiben, aber ich glaube, was ganz häufig der Fall ist, gerade wenn es um Kinder geht, wir alle wollen das Beste für unsere Kinder und wir wollen es richtig machen und wenn wir irgendwo miterleben, dass jemand was anderes macht und anders reagiert und dann vielleicht auch noch so, wie wir es gern würden und uns aber nicht trauen, dann ist das wie so ein Schutzmechanismus, dass wir das ablehnen und sagen so, ach, jetzt macht die auch noch das, was ich eigentlich gerne würde und aber aus bestimmten Gründen nicht tue, was auch immer das sein mag, welche Überzeugung oder welcher alte Glaubenssatz, der uns wiederum schützen will. und ich glaube, dem darf man einfach Zeit geben, Raum geben und ja, so wie du es gemacht hast, einfach in die Eigenverantwortung gehen, sich fragen, wie will ich das machen, was möchte ich vorleben, was möchte ich, was wünsche ich mir für ein Miteinander und dann die Wege dafür zu gehen, einzuschreiten oder die zu öffnen. Ja. Schön. Ja, was mir gerade noch kam, ist, dass auch die Mütter, finde ich, die jetzt sich auch bewusst teilweise entscheiden, zum Beispiel zu Hause zu bleiben beim Kind, finde ich auch schnell so einen Stempel aufgedrückt bekommen, was ich total schade finde, also auch bei Männern, also habe ich das ganz oft schon gehört, so die ist nur zu Hause, die Frau und ich glaube, wir Männer würden wahrscheinlich nicht einen Tag davon überstehen, was da alles geleistet wird mit Kind und Haushalt und Einkaufen und Wäsche und Kochen und was weiß ich und meistens alles gleichzeitig, dass da finde ich, also da haben wir gefühlt ein bisschen einen Rückschritt gemacht, weil das war zum Beispiel bei meiner Oma war das noch ganz anders, die war einfach zu Hause und das war völlig klar, so und klar, es ist schön, dass Frauen da mehr Möglichkeiten und so auch haben mittlerweile, aber da würde ich mir mehr Anerkennung wünschen, irgendwie das, was da wirklich geleistet wird und wie wichtig und wertvoll das natürlich im Endeffekt auch für das Kind ist, dass die Mutter so eine Entscheidung trifft. Das ist natürlich ein Privileg, wenn man das machen kann, wenn man jetzt nicht darauf angewiesen ist, arbeiten gehen zu müssen, aber ich kenne auch einige in meinem Umfeld, die das könnten, also zum Beispiel aus finanzieller Sicht und auch gerne würden, aber halt Angst vor diesem Stempel ja, ich sitze da nur im Café und mache nichts so den ganzen Tag. Das wünsche ich mir, dass sich da was tut in der Hinsicht und da viel, viel mehr Anerkennung entgegengebracht wird für das, was da geleistet wird. Ja, da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Da gibt es ja auch mittlerweile diesen Begriff der Care-Arbeit, also der, glaube ich, so ein bisschen dafür sorgen soll, dass anerkannt und wertgeschätzt wird, dass es eben nicht nur mit einem Kaffee auf der Couch sitzen ist, sondern dass es Arbeit ist, also dass es ein super Invest ist, zu Hause dafür zu sorgen, dass alles erledigt wird, wenn der Mann nur arbeiten geht und nicht zu Hause sich noch beteiligt. Und ich glaube schon, dass Männer das auch hinbekommen würden. Ich finde aber, dass es keiner alleine hinbekommen muss. und ich würde mir, glaube ich, oder, weiß nicht, ich will mir nichts für andere wünschen, aber ich würde es begrüßen, wenn da so ein Dialog entsteht darüber, dass Paare gemeinsam entscheiden können, wer macht was und das gar nicht so feststeht, okay, wenn die Mama zu Hause bleibt, dann muss sie auch alles alleine machen, weil selbst dann ist es unfassbar viel. und dann das Arbeiten gehen wie Urlaub sozusagen. Und was wollte ich noch sagen? Eine Sache wollte ich noch sagen. Ach so, genau. Ich glaube, was auch damit reinspielt, ist, dass wir als Frauen jetzt, also ich weiß, meine Oma durfte zum Beispiel keine Waschmaschine kaufen ohne die Unterschrift von ihrem Mann. und dieser Sprung von ich kann mir heute kaufen, was ich will und wann ich will und ich kann arbeiten und bei meinen Kindern sein und es gibt tausend Möglichkeiten, also sicherlich auch, ne, super privilegiert und kommt drauf an, wie man finanziell aufgestellt ist, aber gesellschaftlich wird jetzt erwartet, jetzt haben die Frauen so viel Freiheiten, jetzt sollen sie die auch bitte alle wahrnehmen. Also jetzt ist da irgendwie so ein Beigeschmack, wenn wir nur zu Hause bleiben, dann sind all diese, also in Anführungsstrichen, dann sind all diese Privilegien, die wir im Gegensatz zu unseren Omas und Mamas haben, dann missachten wir die so. Dabei ist es ja eigentlich das Geschenk da, die Wahl zu haben, die wir ganz bewusst treffen dürfen. Das ist eine bewusste Wahl ist, zu Hause zu bleiben, dass wir das wollen. Manche wollten das vielleicht früher gar nicht, die haben die Selbstverwirklichung vermisst oder den Raum für sich vermisst und andere wiederum lieben das und wollen das und also da darf es keine Wertung geben aus meiner Perspektive. Also da steht es auch niemandem zu, das zu bewerten und das machen wir aber, glaube ich, ganz, ganz häufig, weil Kinder irgendwie so als ja, so als Gefäße gesehen werden und wir alle meinen, wir hätten Anspruch darauf, die zu füllen, aber eigentlich sind es einfach kleine Menschen, die zu uns in die Familie kommen und jede Familie stellt sich so auf, wie es für die Familie am besten ist und wie so, dass es einfach allen so gut wie möglich geht und da ist es dann halt mal die Mama, die arbeitet, dann ist es mal die Mama, die zu Hause bleibt, dann ist es der Papa, der zu Hause bleibt, dann ist das 50-50, die ist doch eigentlich vollkommen egal, also, ja. Boah, schön. Noch, noch kurz auf Kinder nochmal zu sprechen zu kommen, würdest du auch sagen, dass wir Kindern, es ist immer schwierig, so pauschal Sachen zu sagen, aber im Großen und Ganzen einfach viel Misstrauen entgegenbringen, also du hast vorhin schon gesagt, so abhärten, das gehört halt zum Leben dazu, diese klassischen Sprüche, auch Schlaftraining und sowas, was ja auch immer noch total verbreitet ist, ist für mich so ein bisschen dieses Misstrauen irgendwie schuld, sag ich mal daran, dass wir eigentlich dem Kind eben nicht zutrauen, ja, du schaffst das irgendwann allein, also unsere Kleine zum Beispiel, die ist jetzt vier, die schläft natürlich immer noch bei uns im Bett, weil sie das einfach braucht und möchte und wir genießen das auch alle, ich weiß aber gleichzeitig auch, okay, in wenigen Jahren, also mit 18 wird die bestimmt nicht mehr bei uns im Bett liegen und bei uns schlafen und so, aber dass da oft so ein Misstrauen ist, dass auch wenn Dinge oder Kinder schreien oder sich wie auch immer Wut haben, dass man das oft dann auch so gegen sich gerichtet sieht und dem Kind so Dinge unterstellt und einfach nicht das einfach nur sieht, also du hast am Anfang auch von Annahme gesprochen, einer der Resilienzschlüsse, dass man das annimmt und da war noch, was war es noch mit dem Optimismus ein Stück weit, einfach auch weiß, das hat eine Ursache, das Kind macht das nicht, um mir was Böses zu wollen oder sowas, sondern das hat einen Grund, dass es so ist, wie es ist. Ist das schon so oder ist es nur mein Empfinden, dass dieses Misstrauen irgendwie schon allgegenwärtig ist oft? Ja. Oder ist es zu hart formuliert? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin immer wieder selber erstaunt. Ich bewege mich jetzt natürlich auch aufgrund meines beruflichen Tuns irgendwie in einem Umfeld, wo super viele Eltern schon sich damit beschäftigt haben und wissen, wie kompetent Kinder eigentlich sind und dass alles, was sie tun, dass sie das für sich tun und nicht gegen andere, dass die super wichtige, rein biologische Überlebensstrategien haben, die sich dann in unserem Alltag natürlich manchmal anfühlen wie austesten oder reizen oder schikanieren. Aber ich glaube, da fehlt auch einfach noch das Wissen. Also es gibt so ganz, es gibt ja super viele neue Erkenntnisse aus Höhenforschung, Neurobiologie und Entwicklungspsychologie, warum Kinder eigentlich so handeln, wie sie handeln. Und ich glaube, grundsätzlich kann man da einfach alles erstmal damit zusammenfassen, die handeln für sich, weil sie den Überlebensdrang haben und die darauf angewiesen sind, irgendwie ihre Bedürfnisse sichtbar zu machen, weil sie vielleicht noch nicht sprechen können oder weil ihnen noch die Kommunikationsstrategien fehlen oder sie ziehen sich zurück, weil sie das Bedürfnis nach Kooperation haben, weil sie wissen, sie können nicht alleine überleben, sie brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Und wobei das dann weniger auffällt natürlich, weil das ist ja dann gehorsam. Aber auch beispielsweise der Wutausbruch, sie fühlen, weil fühlen für sie wichtig ist, weil Gefühle für uns ganz, ganz wichtige und vor allem Emotionen ganz wichtige Leuchttürme sind, die uns zeigen, was wir brauchen und dass wir überhaupt gerade was brauchen. Und ich glaube, da fehlt einfach ganz, ganz häufig das Wissen noch. Und ich bin, wenn ich dann immer mal wieder im Alltag irgendwie das mitbekomme, dann bin ich immer total überrascht, dass es doch noch so vielen Menschen so geht, dass sie halt einfach denken. Und ich will das auch wieder gar nicht verurteilen. Also ich, noch am Anfang meines Studiums habe ich selber gedacht, Kinder testen aus, testen Grenzen aus, weil es einfach das Bild war, mit dem ich aufgewachsen bin und was ich gesehen habe. Und erst im Laufe meines Studiums habe ich dann, obwohl das stimmt nicht ganz, aber vor allem in meinem Studium habe ich dann mehr und mehr dazu gelernt, warum Kinder sich wie verhalten. Und ich glaube, was da helfen kann, ist vor allem zu informieren. Und ich glaube, das größte Geschenk für Eltern ist, sich mit Entwicklungspsychologie zu beschäftigen. Wann kann mein Kind überhaupt was? Also wir können zum Beispiel auch von einem Dreijährigen nicht erwarten, dass er sich so sehr in uns einfühlt, dass er seinen Schreien unterlässt, weil er weiß, uns fliegen die Ohren dabei ab. Weil die noch gar nicht so, jedenfalls nicht pauschal gesagt, in der Lage immer dazu sein können. Rein biologisch nicht, neurobiologisch. Das ist nicht, die können das noch nicht. Das Gehirn ist noch nicht entwickelt. Die wachsen ständig. Und die können das noch nicht. Und unsere Aufgabe ist es, sie beim Heranwachsen zu begleiten und nicht sie zu formen oder sie passfähig zu machen für die Gesellschaft. Ich glaube schon, und das können wir ja auch nicht negieren, natürlich ist es für uns wichtig, irgendwie Anschluss zu finden und eine Gemeinschaft zu finden und Freunde zu haben und so. Und das kann manchmal sich nach einem schmalen Grat anfühlen, die irgendwie, ja, die Erwartungen anderer nicht enttäuschen zu wollen und gleichzeitig sich selber Raum zu geben, all das zu fühlen, was sich eben zeigt. Aber das ist möglich. Das ist möglich. Und es lohnt sich da aus meiner Sicht da nach Strategien zu suchen und das ins Handeln zu kommen. Sowohl für uns als auch für unsere Kinder. Können wir da vielleicht auch zum Abschluss noch ein Beispiel, wir hatten jetzt schon einige Wutausbruchs, aber vielleicht auch, was ich echt immer, immer wieder höre, ist dieses Schlaftraining. Ein Kind schreien lassen und nicht belohnen dafür, dass es schreit, wie du auch sagst. Es ist aus der Forschung ja mittlerweile sowas von bewiesen, dass es das Kind gar nicht bewusst machen kann oder aus einer bösen Absicht heraus. Aber was sind denn die Folgen von so einem Umgang, wenn man jetzt das Kind eben schreien lässt und nicht auf den Arm nimmt, obwohl es ganz klar das signalisiert? Ja, also würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass es pauschal immer die Folge ist, aber grundsätzlich legen wir dafür, damit die Weichen dafür, dass unser Kind die Selbstwirksamkeitsüberzeugung verliert. Also die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ja das Wissen darüber, ich kann was in meinem Leben bewegen, ich bin kein Opfer, sondern ich kann mein Leben mitgestalten und wenn das Baby schreit, weil das die einzige Strategie ist, die ihm zur Verfügung steht, es kann nicht aufstehen, es kann nicht laufen, es kann nicht Namen rufen, sondern es kann nur schreien, wenn es Hunger hat, wenn es Angst hat, wenn es sich alleine fühlt und dann kommt niemand, dann wird das Kind sicherlich dann irgendwann aufhören zu schreien, aber nicht, weil es verstanden hat, dass das so nicht geht, sondern weil es verstanden hat, dass das Schreien ihm nicht hilft und dass ihm nichts zur Verfügung steht, außer allein zu sein und aus Erschöpfung dann einzuschlafen. Ja, das klingt super hart, natürlich, das ist auch super hart und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch viele Eltern, die das einmal aus Unwissen tun, einmal aus Verzweiflung tun, weil sie so unfassbar müde sind und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass so eine starke Übermüdung einfach super krass ist und was da aber für uns Eltern viel, viel hilfreicher wäre, ist sich zu fragen, wo kann ich denn in meinen Strukturen am Tag dafür sorgen, dass ich meinen Schlaf nachholen kann, welche Möglichkeiten habe ich denn, dieses, ja, das Schreien anders zu bewerten, dann sprechen wir ganz schnell über so Sachen wie Familie im Bett, also dann muss ich nicht nachts aufstehen und irgendwo hinlaufen, um mein Kind zu begleiten, weil es geschrien hat, sondern da liegt es halt neben mir und dann wird es wach und dann nehme ich das in den Arm und da helfen wir sowohl unseren Kindern als auch uns selber mit und das sind dann eben oder das können die Momente sein, dann kommen Oma, Opa an oder auch Mama und Papa und so, was, Familienbett schläft immer noch bei euch, puh, das muss man aber langsamer lernen und das können dann total die herausfordernden Momente sein, weil wir selber vielleicht noch gelernt haben, so, uh, Mama und Papa nicht enttäuschen und, uh, die finden das jetzt nicht okay, hm, was machen wir denn jetzt? Und dann, ja, sich selbst da zu stärken, die eigene Resilienz zu stärken, die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu stärken, sich abzugrenzen, gleichzeitig empathisch zu bleiben, Beziehungen offen zu gestalten, zu sagen so, ey, danke so, dass du mitfühlst, dass du mir einen Ratscher geben willst, wir haben für uns neu gewählt, guck mal, es gibt das und das Buch, wenn du dich da mal einlesen willst, lies doch mal nach, ähm, genau, ja. Ja, voll gut, voll schön. Boah, ja, Leandro, ich könnte ewig mit dir weiter sprechen, ich hätte noch so viele Fragen, ähm, also einfach vielen, vielen Dank für all das, was du tust, auch die Art und Weise, wie du es machst, ähm, dieses, dieses, diese, dieses Wertfreie, das ist so wertvoll, ähm, dass du da nicht eben in Sachen beurteilst, oder sowas, das genieße ich sehr, ähm, bei allem, was du tust, und, ja, wer jetzt hier irgendwie Interesse hat, also einerseits natürlich dein Buch, das kommt Ende des Monats raus, 26. Juni, oder, ist es? 23. schon, ja. 23. Ja, genau. Okay, so aufgeregt. Ja, sehr, ich bin super gespannt auf die Rückmeldung, ja. Ja, aber man kann es schon vorbestellen, jetzt? Ja. Und, sonst, äh, wie findet man dich, wie kann man dich kontaktieren, wenn man da jetzt irgendwie noch Näheres erfahren will? Ähm, am besten, äh, auf www.reifam.org. Ähm, das ist gerade noch in Gründung, wird alles aufgebaut, aber das wird jetzt so die Anlaufstelle sein, wo alles von uns zu finden ist, der Club der starken Mütter, die Bücher, der Podcast, und ansonsten auf meinem Instagram-Kanal, da heiße ich at Leandra Vogt. Okay, jetzt werde ich noch in die Shownotes packen. Ja, vielen lieben Dank, Leandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles mit uns hier geteilt hast. Sehr gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und ja, viel Erfolg mit dem Buch. Ich werde es mir natürlich bestellen. Ich habe aktuell keine Versandadresse, deswegen wird es schwierig, wie ich das Buch entgegennehmen kann, aber da werden sich Lösungen finden. Vielen Dank, Leandra, und alles, alles Gute dir. Dir auch, Dankeschön. Ganz lieben Dank auch dir fürs Zuhören und deine Zeit. Schau unbedingt auf Leandras Website und Instagram vorbei. Links findest du wie immer in den Shownotes. Und da ich nun immer wieder gefragt werde, wie man mich und diesen Podcast unterstützen kann, trag dich in meinen Newsletter auf www.chrisfader.de ein, abonniere meinen YouTube-Kanal und lass mir eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn du möchtest, ich habe ein kleines Spendenkonto eröffnet. Auch hier findest du den Link in den Shownotes oder auf meiner Website www.chrisfader.de Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.